Guten Tag, da sind wir wieder bei Millenia, siebter Part, achter Part, keine Ahnung was. Da waren wir letztes Mal so weit, dass wir die Republik gewählt haben und jetzt unser schönes Palazzo gebaut haben und deswegen diese wunderschönen Werte hier oben sehen. Unser Bevölkerungswachstum ist also richtig gut dabei, da die hygienischen Probleme, die wir hatten, aufgelöst wurden, sind. Und alles andere auch bei 200% so rumkrebselt. Wir bauen die Palazzos jetzt überall natürlich, das ist klar. Dauern halt natürlich hier zum Beispiel noch sechs verfluchte Runden, aber sollte uns dann eben helfen, auch nachher, wenn die wieder die 10 erreichen, die hygienischen Verhältnisse zu erreichen. Wir hatten das jetzt durch den Siedler, den wir ja gebaut haben, verloren und deswegen ist das nicht mehr ganz so wichtig, da ist das jetzt auch schnell zu haben. Bei Koba haben wir es noch gar nicht gebaut, aber auch da bauen wir es natürlich mit und mit. Dauert halt nur ein bisschen. Jetzt muss ich mal gucken, mit den ganzen Sachen, dass ich hier auch, na gut, da ist auch schon wieder irgendein Typ, die die Verbesserung repariert halte. Die Stadt hier vorne haben wir geklatscht, also die Vorstadt. Und ja, wir könnten mit Bomben auf die Bomben gehen, damit wir da ein bisschen Vorteil bekommen. Bomben, Kanonen meine ich natürlich, aber ihr wisst schon, was ich meine. Also Schießpulver. Ich würde nach der Druckerpresse dann auf Schießpulver gehen. Ja, weiterhin, ihr kennt das Problem, viel zu wenig Entwicklungspunkte, aber das ist momentan okay. Und er hat das jetzt tatsächlich einfach geplündert. Obwohl wir ihn ja besiegt haben und er geflohen ist, konnte er sich da jetzt hinstellen und das plündern. Herrlich. Wirklich, also das macht richtig Laune. Da hat man richtig Spaß dran. Jetzt muss ich schon wieder Geld dafür bezahlen oder Verbesserungspunkte. Das ist überhaupt nicht ätzend oder so. Oder mal gucken, ob man das plündern könnte. Ne, ne? Neu gruppieren interessiert mich nicht. Nö. Ja, wie gesagt, Stadtangreifen ist immer noch so eine Sache. Müssen wir auf jeden Fall noch machen, das ist klar. Aber kommt mir halt nicht so einfach vor, ne? Oh, jetzt nochmal Bahnlager, gut zu wissen. Und hier oben noch hin. Da seht ihr, wir haben unsere Karte jetzt auch noch nicht wirklich gut aufgedeckt hier oben. Ist aber auch immer viel zu tun. Also das war ja auch so, wir hatten ja glaube ich fünf Speer und alle sind verreckt, erbärmlichst. Von daher, ja, ist das erwartbar. Wir können hier nochmal Stadt erweitern oder halt wirklich diese Verbesserungen pumpen. Ich weiß nicht, wie, weil es lohnt jetzt noch die Städte zu erweitern, die wir haben. Weil wir haben momentan nichts um die Städte herum. Von daher, bringt es halt auch nicht so viel. Wir könnten hier mal Tabak abbauen. Den Stein haben wir ja abgebaut. Wir können natürlich auch hier so einen Steinmetzchen setzen. Ja, ich würde sagen, wir hauen hier tatsächlich diese öffentliche Verbesserung rein. Kostet natürlich immer mehr. Ups, kostet natürlich jedes Mal immer mehr. Aber machen wir einfach mal zweimal da rein. Und ja, da haben wir ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die wir jetzt nutzen könnten. Holzfällerlager, gut, wäre einfach nur ein Upgrade hierfür. Ich glaube, das ist einfach nur da. Zu erweitern wird mehr Produktion geben. Was haben wir denn noch für Ressorts? Gucken wir einfach mal in die Städte. Also beim Gold können wir, glaube ich, noch nichts mitmachen. Wir haben noch zwei Stämme. Wir haben zweimal Eisen. Genau, das könnten wir tatsächlich mal machen. Wir könnten mal auf, wo ist es? Schmelzofen wahrscheinlich. Da kriegen wir Kupfer oder Eisen in Barren. Ich glaube, machen wir das doch einfach mal. Können wir hier hinsetzen. Dann kann Kyoto da direkt mal Eisenbarren bauen. Erstmal nur eine, aber immerhin. Und wir könnten eigentlich nochmal so eine Papiermühle. Die kriegen wir ja eine dickere Variante hier hinten hin. Das heißt, wir sparen dann auf die nächste größere Papiermühle, sage ich mal. Ich weiß auch gar nicht, ob man die Papiermühle dann ausbauen kann. Oder ob man selber dann neue setzen muss. Das kann ich jetzt nicht sagen. Okay, warum kommst du da mit 63 an? Um mich zu nerven, ne? Wir wissen es ja. Dass ich 63 nicht kaputt machen kann mit 274. Zeigt, dass die Stärkeanzeige nicht ganz so korrekt ist, wie man sich das wünschen würde. Aber gut. Das ist halt so. Hier geht weiterhin hier rein. Warum auch immer du jetzt wieder am Rebellieren bist, das musst du mir erstmal erklären. Durchbevölkerung. So wenig hast du keine Wache gebaut oder was? Ne, habe ich tatsächlich noch immer nicht. Ach du Scheiße. Okay. Ja gut, dann bin ich selber schuld. Ich dachte, ich hätte die Wache schon lange gebaut, aber die kostet auch mal so viel. Ich muss auch unbedingt, eigentlich dürfte ich gar nicht mehr weiter auf Kyoto hauen. Ich muss eigentlich mehr auf Kurve hauen. Aber andererseits, wenn ich jetzt hier alles gebaut habe, kann ich ja hier dann die Erweiterungspunkte spammen. Das ist ja nur die Frage, ob man das jemals hinkriegt, wirklich alles gebaut zu haben. Weiß ich nicht. Sapporo. Okay, da ist natürlich auch nicht gerade so die ganze Omniego-Platz. Ja, gehen wir mal mit. Vier Runden, warum nicht? War das nicht einfach Temp? Achso, ja klar. Heißt jetzt Omniego-Platz, weil wir halt Omnismus da irgendwie haben. Hä, wo kommt dieser Name her? Okay, ergibt Sinn, dann ist der Zerp jetzt unbenannt. Oh, jetzt wollen sie unsere Ravenna angreifen. Also Brasilien kommt doch an. Und ja, die Armee schleißt sich einfach wieder an uns vorbei. Ist ja klar, haben wir ja schon Häufel gehabt. Überhaupt nicht ätzend oder so. Nee, nee, gar nicht. Dann haben wir den schnell ab mit unserem Draguna. Sodass wir da auf jeden Fall keine Probleme bekommen. Aber Ravenna, wie gesagt, ist jetzt der Tee. Darf ich damit angreifen? Das ist doch mein Vassalla, kann ja das selber machen, oder? Hm, naja, gut. Wir haben einen Händler hier. Warum? Weil ich die Wurzeltzung so gefördert habe, oder was? Ja, kannst du trotzdem wieder rein. Das ist mir eigentlich relativ Wurst. Hinten kommt auch noch eine kleine Armee von Brasilien. Ja, und das ist jetzt eigentlich das, was wir oben noch haben. Und hier oben nochmal nett, ne? Überall kann man nette Sachen nochmal hinsetzen. Wir können ja Städte natürlich unendlich spammen, das ist klar. Ich würde jetzt hier Palazzo mehr Kultur- und Kunst-EP nehmen, weil das einfach krank ist. Also wir kriegen ja wirklich dann, mittlerweile weiß ich nicht, was da durch. Das ist schon ziemlich übel. Jutta ist damit fertig mit dem großen Theater. Nehmen wir die Heilige Städte, kriegen wir mehr Omnismus. Oder ich bin Tollismus, wie auch immer. Ja, haben wir eigentlich genug, ne? Eigentlich könnte man jetzt schon ein bisschen umformen. Ich weiß nicht, der Glaube bringt halt nicht so viel, solange ich nicht irgendwie den Bedarf dafür habe, ne? Von daher können wir einfach mal ein bisschen hier die Punkte spammen, um da mal voranzukommen. Können wir nämlich hier mal eine Mine bauen. Einfach mal ein Steinbuch hier auf die Hügel, damit das Ganze was schneller geht. Oder ich könnte halt auf die Holzfällerhütten gehen. Jagdlage bringt nix. Die Plantage brauchen wir auch noch hier. Pyramide haben wir ja schon. Das ist ja schon mal gut. Ja, hier unten können wir leider keinen Steinbuch hinbauen. Die sind beides keine Hügel anscheinend. Hm. Jetzt sind wir noch ein Steinbuch. So, ja, da wird eh nur gepflündert werden. Dann setzen wir lieber da unten in die Ecke. So. Gibt es auch einen Kalkstein, wenn ich das richtig sehe. Da haben wir auch einiges an Stein jetzt hier übrig. Müssten auch mal einen Stein Metz bauen unbedingt. Na ja, der kostet aber noch ein bisschen mehr. Immer gespannt, was die jetzt bei Ravenna machen. Können die da was reißen oder nicht? Das ist die Frage. Ja, ja, durchaus. Scheint auch gebrochen zu sein. Da kommt der Deutsche direkt mit der nächsten Armee. Und mit der kleinen Nervarmee, wie immer. Das lieben sie ja ganz besonders. Und wir müssen dann jetzt nach hier unten tatsächlich sprinten. Das ist wirklich ätzend. Ich könnte auch mit der Armee hier rüber. Mal upgraden noch. So. Dann gehen wir hier mal rüber. Dann war sehr teuer das Upgrade für, keine Ahnung, 10 mehr Punkte oder so. Nicht das, das ist das Großartigste. Was wir da bekommen können. Ja, genau. Stein Metz könnten wir jetzt hier bauen, damit wir da ein bisschen mehr Punkte haben. Und, und, und die Mine. Ach, da ist schon eine Mine drauf. Okay. Dann nehmen wir noch die Plantage. Auf die Baumwolle. Der Baumwolle, doch, wir haben Weber rein, ne. Da könnten wir also, Baumwolle können wir zu Stoffformen, können wir auch machen, warum nicht. Dann haben wir auch ein bisschen Stoff. Gibt uns noch mehr, mehr Gold, warum nicht. 2 mal 6, also 12 Gold. Können wir auch weiterverarbeiten in, ne, können wir nicht, momentan zumindest nicht weiterverarbeiten. Haben wir noch zwei Trauben. Hatte ich hier nicht schon diese Gärungsrube gebaut? Scheinbar nicht. Oder ist die wieder zerstört worden? Kann sich auch immer sein. Doch, hier haben wir noch so ein Gärungsding. Okay. Das verwirrt mich jetzt. Ist die kaputt? Ne. Wandelt zwei Trauben oder reißt in, hm, 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 um. Ja. Achso, weil es wieder nicht bearbeitet wird wahrscheinlich. Ja, nervig. Ähm, wo sei der denn? Wo ist er da? Die wollen wir natürlich haben, Leute. Das ergibt doch wohl Sinn, dass wir da diesen Wein mitnehmen. Denn der gibt uns zwei Kulturen. Warum sollten wir das jemals nicht tun? Er gibt nicht ganz so viel Sinn, das nicht zu tun. Hm, 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 hm. Ja, und dann müssen wir jetzt hier hin und her laufen. Wie gesagt, wir werden ja niemals Frieden mit der KI haben. Die KI ist ja komplett broken. Da gibt es keinerlei Vertunung, als dass das wirklich konstant einfach nur lächerlich sein will. Da werden wir halt keine Chance haben, jemals Frieden zu bekommen. Das ist auf jeden Fall klar. Schade eigentlich, dass das so ein bisschen, oder ein bisschen sehr dumm ist, muss man einfach sagen. Dann bauen wir hier mal den Gragona nochmal auf. Und ja, wo ist die Kleinarmee jetzt hin? Die ist jetzt einfach ins Wasser gesprintet. Kann das auch ohne Problem machen und durch unser Gebiet laufen. Und dann hacken wir erstmal die um. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt bis hier unten durchkomme. Ich meine, 180, die haben sie nochmal verstärkt, oder was? Neh, nicht eben nur 130. Du kannst dich erstmal dahin verpieseln. Ich meine, du kannst auch eigentlich schon zum nächsten Basallen hier unten gehen. Ganz bitte, den da. Zu dem Basallen. Mhm, mhm, mhm. Die sind so lahm, ne? Das ist echt ätzend. Was kostet 1650 zum Beschleunigen? Ja, nee, das ist doch nicht, danke. Dann haben wir die große Armee. Ich glaube, wir müssen aber hier oben bleiben. Ich müsste eigentlich noch eine Armee aufbauen. Ich habe ja genug Geld, dass ich das auch auf jeden Fall machen kann. So. Vielleicht könnt ihr bestimmt auch eins gegen eins gegen den Kämpfen. Und anführe einfach nur. So, der ist schon geflohen. Beim Fliegen bringt der nicht wirklich was, weil der kann ja einfach dann trotzdem danach in der Runde agieren komplett. Von daher verstehe ich nicht ganz, wofür man überhaupt das machen sollte. Ich werde jetzt hier einmal Waffenschildschand machen. Damit die uns mal nicht auf den Nerv gehen. Obwohl, natürlich würde ich eigentlich die Stadt zurückerobern, ne? Na gut, können wir nachher machen. Dann würde ich eh wieder den Krieg erklären. So ist das nicht. Ich will mal auch immer gerne wissen, ob er den Krieg sofort wieder erklären kann oder auch nicht. Das hier unser Verbündeter, der einfach nur mit seiner Armee da rumläuft. Also mit seinem, Entschuldigung, Späher, nicht Armee. Armee wäre wohl doch etwas übertrieben. Ja, machen wir mal ein Upgrade oder was? Ja, komm hier. Ah ja, genau, Schriftgelehrte. Ja, super. Papiermühle, genau, mehr und auch der Schriftgelehrte. Sehr gut. Dann haben wir jetzt unsere Forschung durch. Das erkenne ich dadurch. Können wir jetzt auf Schießpulver gehen und uns vorbereiten für den nächsten Krieg. Und haben nochmal deutlich mehr Forschung. Ja, und wir werden dann hier die Armee jetzt nach Osaka bringen. Ich hoffe, dass ich hier noch jetzt genug... Ne, habe ich natürlich nicht. Ich habe die Wache noch immer nicht gebaut. Ich beschleunige jetzt einfach 800, kostet zwar verdammt viel, aber dass da mal ein bisschen Suppression reinkommt, wäre schon ganz sinnvoll. Wir haben ja hier auch noch eine dritte Armee. Aber eigentlich reicht auch immer mit den beiden Armeen, dass wir verteidigen. Schickt die Armee jetzt auch mal nach unten. Das war dann für Brasilien, wenn die uns wieder den Krieg erklären, auch vorbereitet sind. Ich denke mal, das wird ja nicht lange dauern, bis der Krieg wiederkommt. Und dann hoffe ich, dass wir dann Kanonen haben und tatsächlich auch mal irgendwie Rache üben können. So. Osaka, ja, wie gesagt, auch da. Ich habe genug Glaube. Wofür soll ich das also bauen? Schatzhaus wäre nicht schlecht, weil Geld kann man tatsächlich immer gebrauchen. Wie man merkt, wie immer das Kaufen ist halt sehr, sehr gut, sehr heilig. Kann man auf jeden Fall machen. Die Bewegung fortsetzen. Jawohl. Ihr könnt da auch dann stehen bleiben. Ihr geht auch mal hier hin. Und könnt erstmal in Kyoto warten, bis ihr eure Verstärkung habt. Ihr könnt auch nochmal upgrade werden. Auch nicht schlecht. Und wir setzen uns hier in den Basalen hinein mit unserem Händler. Du, keine Ahnung, du könntest eigentlich mal zu so einem anderen Dingenschen gehen. Seattle, New York. Naja. Irgendwie hatte er schon eine Stadt verloren, aber selber tut er gar nichts. Dafür hat er ganz viel Rebellion hier unten. Wo war nochmal dieser Wald oder sowas? Ein Wahrzeichen? Nicht unten irgendwo, er war ganz mitten im Brasilien mittlerweile, ne? Foto Allegro, nee. Okay, keine Ahnung, irgendwo war hier irgendwas. Ach ja, hier Mount Everest. Ja, da können wir ja mal hingehen. Ich glaube so nicht, dass der bis dahin überlebt, aber wir können es ja mal testen. Währenddessen bauen wir jetzt einfach mal alles hier aus, damit das einfach mal geschafft ist, sag ich einfach mal. So. Der Wache haben wir ja durch. Monument können wir dann noch bauen. Ein bisschen Wachstum zu fördern von unseren Grenzen. Und Luxus. Ja, jetzt haben wir eine. Mindestens 16 und dann brauchen die auch Luxus. Ja, perfekt. Haben wir schon als nächstes Bedürfnis. Wir haben ja das Palazzo. Und ich meine, ich glaube, wenn die Regierung weg ist, werden wir richtig einen Buch haben. Ich glaube, die können wir gar nicht so schnell weg wechseln. Wir kriegen halt einen Bonus für die Plantagengüter. Wir haben halt hier, wie ihr seht, schon zwei in der Stadt. Und können hier noch eine dritte holen. Wenn wir uns denn das mal leisten wollen, sozusagen. Das ist schon ziemlich krass. Also gefällt mir sehr gut. Da dieses, äh, diese Regierung, Republik ist extrem stark. Ist jetzt schon mein Favorite. Mag ich jetzt schon sehr, sehr gerne. Mhm, 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 mhm. Ja, du kannst weiter hinlaufen, Junge. Nervt mich nicht. Kyoto ist schon wieder fertig. Hat ja jetzt gerade das gebaut. Machen wir nochmal ein bisschen Arbeiter. Wie gesagt, mehr Religion brauchen wir einfach nicht. Was wir brauchen, ist jetzt wieder Hygiene. Bis dahin müssen wir wieder was produzieren. Anlegeplatz. Steine haben wir auch noch so, oder nicht? Ne, Erz ist okay. Ah, hier ist ein Erz. Ne, brauchen wir also erstmal nicht. So. Ruckel, ruckel. Ja, ihr bleibt einfach hier stehen. Ihr habt nichts zu tun. Das passt so. Und einfach hier stehen bleiben. Und du, ja, wie gesagt, gehst weiter zu dem Mount Everest. Und hoffst, dass du da vielleicht mal irgendwas machen kannst. Äh, ja, Krieg beendet. Brasilien und Vereinigte Staaten. Wird aber auch hundertprozentig wieder kommen. Ne, die KI ist halt geistkrank. Von daher brauchen wir da gar nicht drüber nachzudenken, dass das schnell wieder passieren wird. Bauen wir hier noch weiter alles aus, was wir können. Damit wir nächste Runde dann hoffentlich mal ein bisschen was erweitern können. Okay, wir können eigentlich jetzt sogar schon was bauen. Immer mal reingucken. Was haben wir denn noch hier? Wir haben noch einen Stamm. Wir haben ja gut einmal die Bücher. Das Speiseöl können wir jetzt noch nicht weiterverarbeiten. Trauben haben wir noch einmal. Trinkt uns also nicht so viel. Ja, hier haben wir noch zwei Marmor, ne? Können wir einfach mal so eine Bildhauerwerkstatt machen. Zwei Marmor. Eine Statue. Ganz in Ordnung. Ich würde hier jetzt tatsächlich einfach auf die Punkte sparen. Also außer vielleicht hier nochmal was machen. Statt erweitern könnte man nochmal tun. Hier sowas. Aber ich weiß nicht. Müssen wir erstmal die ganzen Holzfelderlager drumherum bauen. Wo das überhaupt sinnvoll ist. Und die Kosten halt jetzt auch schon wieder ordentlich. Können wir noch eine Plantage machen hier auf unser Tabak. Das ist auch nicht verkehrt. Also einfach mal alle Ressourcen auch mal wirklich ausschlachten. Inzwischen haben wir noch keine Weide. Können wir auch noch machen. Sollte man auch machen, denke ich mal. Ja, ja, Drohung, Brasilien. Das ist so einfach. Ach, ich weiß auch nicht. Warum hat KI einfach nie Sinn für die Leute? Ich verstehe das nicht. Also ich stelle mir das einfach vor, dass es immer so als letztes gemacht wurde. Dann gesagt, komm, brauchen wir jetzt auch nicht, ne? Machen wir einfach nicht. Scheiß auf KI. Wer will schon gern gegen gut KI spielen? Das ist ja Unsinn. Und das hat auch nichts mit der Schwierigkeitsstufe zu tun. Das ist einfach komisch, ne? Weil die KI hat ja gar keinen Bezug. Ich meine, das ist das Menü, das wir haben. Ich hatte jetzt auch mal ja einen Händler zu ihm hingeschickt. Wir können jetzt zum Beispiel hier Erforderungen münzen, Krieg beenden, Religion wechseln, Botschaft eröffnen. Wir können jetzt mal eine Botschaft eröffnen. Müsste ja hoffentlich klappen. Er hat auch schon 1.800er Macht. Wir haben 1.300er natürlich. Immer schwächer als die KI. Das ist ja auch Standard. Okay, und dann ist unser Erkunde schon weg. War ja klar. Und hat uns natürlich gerade Feindsätzlichkeiten erklärt. Und Amelka, der unser Verbündeter ist übrigens, hat uns dann auch mal schnell die Botschaft abgelehnt. Ah, unser Typ ist aber einfach geflohen. Das ist ja schon mal gut. Schnell weg hier. Wir können schon wieder eine Kulturkraft nehmen. Könnten auch mal Heureka nehmen. Oder halt ein bisschen auf Innovationen gehen, was auch nicht schlecht wäre. Ich nehme Heureka, aber ein bisschen schneller aufkommen. Unsere Kultur geht halt komplett steil. Da können wir bauen und machen, was wir wollen. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja, Kurve, haben wir immer das Problem, dass wir Aufstand haben. Ein bisschen sehr extrem. Wie viel Aufstand man da hat. Obwohl die ja eigentlich nichts tun, außer existieren, sag ich mal. Osaka kann hier nochmal. Ja, mach ruhig Barrikaden. Wir wollen mal die Steinmauer vielleicht auch mal nutzen können, die wir eigentlich theoretisch hier zu verringerten Kosten auch kriegen können. Warum nicht? Oh, okay. Brasilien räumt hier erstmal die Bibaren auf. Ist ja nett. Und die Bibaren... Ah, Allianz aufgelöst. Diese Allianz war ein Fehler. Wunderschön. Ach, Mensch. Ist das toll. Jetzt sind wir auf einmal nicht mehr verbündet, weil... Wir machen es halt nicht mehr. Wir riechen wohl nicht so gut, wie er vielleicht am Anfang gedacht hat. Von daher... Was da ist? Jetzt machen wir mal ein bisschen die... Ja, hier müssten wir eine Müllgrube bauen. Ein religiöses Stiftgelehrter war aus Papier. Religiöse Texte. Dann könnten wir hier Kurbel noch ein bisschen weiter an Produktion geben, indem wir hier ein paar Holzfelderlager besetzen. Wir haben aber auch noch... Einmal Steinblöcke. Wir haben zweimal Baumwolle, also wir könnten nochmal Stoff machen. Boah, einfach nur Geld. Ich brauche eigentlich mal Produktion. Von daher setzen wir ein paar Holzfelderlager um die Städte herum. Zack. Zack. So, dass es einfach mal ein bisschen schneller geht. Dann können wir nicht auch das hier mal erweitern. Und dann machen wir da auch eine... Obst, nee, ich wollte da eigentlich keinen Sammelpunkt draus sitzen. Sondern ich wollte hier eine Holzfelderstadt drauf was machen. Dann haben wir noch mehr Produktion. Müsste dann sein, dass er jetzt langsam mal was schneller bauen kann. Das Ganze nicht mehr so hunderte Jahre dauert, bis er irgendwas fertig hat. Guck mal, was denn hier noch ist. Okay. Sehr merkwürdige. Die Kraft ist schon gigantisch, muss ich euch sagen. Also wirklich gigantisch, ne? Gut, also... Wir haben kein Bündnis mehr. Deutschland ist aber noch immer ein bisschen zurück... Ich weiß nicht, wie weiter jetzt hier noch alles... Ich denke mal, ich hatte ja auch noch alles voll gestopft. Aber ich glaube, wir haben ihn eigentlich ganz gut zurückgedrängt. Ich würde hier nochmal einen Siedler erstellen. Machen wir einfach mal hier. Und ein bisschen Deutschland nochmal hier die Grenze abstecken. Gehen wir nochmal hier oben hin. Da kriegen wir ein bisschen... Was ist das? Tee? Tee können wir mitnehmen. Warum nicht? Kann ja nicht schaden. Ja, ah, ah, okay. Ja, stimmt. Deutschland wird uns jetzt... Ach, Deutschland. Amerika wird uns wahrscheinlich auch bald Feindseligkeiten erklären. Das heißt, wir werden dann wieder auf die Mütze bekommen. Oder können uns eigentlich nirgendwo mehr hinbegeben. Ziemlich lästig ist. Ah, hier ist was. Guck mal. Die Wüste Sahara. Das ist doch schön. Da können wir nachher mit arbeiten. Du brauchst jetzt auch... Ach, du brauchst wieder Religion auch. Ich hoffe nicht, ey. Nimm mal hier heilige Städte. Das ist okay. Weil heilige Städte halt nur Religion bringt nichts. Kein Wissen, keine Kultur, gar nichts. Was ich ziemlich nervig finde. Ja, jetzt werden die uns hier die ganze Zeit angreifen. Ach, ist das nervig. Ich will doch nur eine Expedition machen. Lass mich doch einfach bitte einfach eine Expedition machen. Guck mal. Das ist nicht so schlimm, oder? Ach, je, mein ne. Burlington. Hallo Burlington. Die Funktivität geht auch höher. Perfekt. Weltkunste. Unruhe reduzieren. Machen wir jetzt nicht unbedingt. Ja, weiterhin können wir hier noch ein bisschen Städte erweitern. Sollen wir das mal einfach mal bei allen Städten machen? Wo müssen wir denn noch hin? Es gibt die. Ne, die ist noch. Aber da können wir auch recht gut auf pushen. Hier genauso. Dann können wir hier nämlich auch mal ein bisschen Holzfäderlager spammen. Zack. Dann wird die nämlich ordentlich brutal abgegeben, wenn wir jetzt hier noch eine neue Städte draus machen. Die Stadt wird jetzt auch mal wesentlich schneller bauen. Was ziemlich cool ist. Und wir auf jeden Fall auch mitnützen sollten. Münzen. Hat er jetzt auch wieder den Krieg erklärt? Achso. Hä? Was ist los? Deutschland möchte, dass wir Münzen geben. Ja, nimm mal Münzen. Achso, du hast mir jetzt einfach innerhalb von einer Sekunde... Also auch sehr gut wieder. Wir spielen ja hier ein Zeitalterspiel. Das heißt natürlich, wir spielen sehr realistisch. Das heißt, wenn wir hier Krieg oder Frieden gemacht haben, dann gibt es keinen Friedensvertrag. Sondern wir können einfach in zwei Runden uns dann wieder den Krieg erklären. Weil, genau. So ist das halt. Ach, hey Mini. Das ist schon echt... Das ist wirklich unangenehm peinlich, muss ich ganz offen sagen. Das darf halt nicht... So etwas darf halt einfach nicht existieren. Du darfst nicht so vorgehen. Das ist einfach so dumm. Zum Glück leider. Das ist einfach nur hohl. Dass sowas auch gar keine Bedeutung mehr heutzutage hat. Also es hat ja Bedeutung, aber dass die Firmen das nicht verstehen, macht mich irgendwie ein bisschen fuchsig. Kann ich auch nicht nachvollziehen, wie man einfach so dumm sein kann. Das nicht zu verstehen, dass die Leute das schon haben wollen. Ich meine, wer will denn nicht eine KI haben oder ein Diplomatie-System haben, was modern ist. Das scheint für die einfach nicht mehr drin zu sein. Ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt hier mit den zwei Leuten, die jetzt noch gucken rede, habe ich auch damals hier dieses Warhammer-Strategie-Spiel spielt. Da ergibt es ja irgendwo Sinn, dass hier viel Krieg haben. Auch das ging mir aber schon auf die Nerven, weil es einfach nur Krieg war. Es war nichts anderes. Das machte mir halt einfach nicht so viel Spaß. Und ich finde es halt krass, dass sie das nicht verstehen. Bei solchen Spielen wie hier, wo es halt wirklich sein muss, dass man da natürlich ein diplomatisches System braucht. Man kann ja nicht einfach so komplett wahllos spielen. Und das ist hier halt einfach, das ist eine wahllose, komplett kaputte KI, die einfach gar keinen Bezug hat. Die hat gar kein Können oder sowas. Also wirklich gar nichts. Irgendwie gibt es Kanonen hier, wenn ich das richtig sehe. Oh, nice. Auch hübsch. Siehst du mal, hast du Kanonen gebaut? Das ist doch toll. Freut mich für dich. Okay. Wieso konnte ich jetzt nicht angreifen? Ich hatte doch gerade eben die Anzeige, dass ich das konnte. Das war, weil ich nicht durchs Haus, durch die ihre Stadt gegangen bin. Sehr intelligent. Danke. Ja, dann gehen wir uns mal Ravenna zurückholen, würde ich sagen. Jetzt einmal kurz Platz machen, damit wir die Armee wenigstens mal durchbekommen. Wir wechseln es ein. Wir bauen hier weiter nochmal einen Dragoner. Oder Langschwertkämpfer und danach einen Dragoner und so weiter und so fort. So, gehen wir hier hin. Da ist auch eine amerikanische Armee. Die haben ja ungefähr so vier, fünf, sechs, denke ich mal, immer so rumhängen. Ah, und die haben ja auch ein gigantisches Gebiet. Das heißt, die können da jetzt auch nicht machen, was sie wollen. Jetzt wird hier auch noch irgendwas anderes belagert. Von Barbaren aber wieder, ne? Wo sind die? Ach, da, ne. Ne, das ist da. Das ist irgendein Anführung. Gammelt sich da wieder einen ab. Okay. Ja, der ist dann hoffentlich diesmal tot. Nein, er ist einfach nur zurückgedrängt worden. Kann wieder plündern. Das ist sehr gut. So, jetzt kann man auf eine Expedition gehen. Das ist doch mal schön. Also, probiert das Essen vor Ort. Plus 30 irgendwas. Oder wir bezahlen was. Oder geben. Erfahrungspunkte ab, damit die Chance erhöht wird. Jawohl, machen wir. Wir bereiten uns natürlich immer gut vor. Das ist ja klar. So, dann greifst du einmal. Ne, du. Du, da kannst du auch. Ja, okay. Mach du das mal, die Armee. Greift hier einmal die Gegner an. Mit dem. Okay, kannst du bitte? Danke. Gucken wir uns einmal an, was denn da passiert. Wir machen die schöne Kanone. Das ist nur Belagungseinheiten oder was? Hat er Belagungsseinheiten only? Nicht ganz, aber irgendwie ziemlich bescheuert. Mal gut. Hat er gut. Der eine Ritter hilft dir auch. Und er hält ja alles ab, wie ihr seht. Okay, jetzt ist er aber geflohen. Damit haben wir die Einheiten jetzt eigentlich im Sack. Weil die natürlich nicht so viel Schaden gegen uns machen. Und wir die jetzt schön zerschnetzeln können. Batz. Leider wieder geflogen. Geflogen. Ist halt immer so dumm. Ja, das ist sehr gut. Zerstört. So. Jetzt mach das bitte noch ganz kaputt. Jawohl. Also okay. Wir töten aber, glaube ich, alles. Ah, ne. Nicht ganz. Ne. Die Kanone bleibt leider am Leben. Das ärgert mich. Aber gut. Ist trotzdem in Ordnung. Wichtig ist natürlich, die haben ja noch mehr Armeen. Also müssen wir aufpassen. Wir können jetzt auch nicht heilen, weil wir im gegnerischen Gelingens stehen. Jetzt das ist genau das, was ich eben meinte. Oder mal meinte. Dass ihr auf jeden Fall guckt, dass ihr nicht hier wie jetzt... Ich stehe jetzt hier mit meiner Armee da drin. Das heißt, die wird jetzt sterben wahrscheinlich. Da führt jetzt auch kein großer Weg dran vorbei. Da werde ich wahrscheinlich jetzt ordentlich auf die Mütze kriegen. Wir nehmen einmal einen zum Anführer. Das wäre nur sie, ne. Das ist natürlich schade. Aber wir haben ja auch unseren ersten Arke Busen-Schützen. Machen sie zum Anführer, damit wir hier eine neue Armee draus machen können. Level 4 Anführer ist er jetzt mittlerweile. Ja, dann kommt da gleich noch ein Dragoner. Den wir jetzt auch produzieren. Wir können auch Arke Busen produzieren. 26, 26, 24. 24, 34. Und du hast auch gegen Linie. 2,5 gegen Linie. Weiß nicht. Achso. Wir haben einen Schießblower auch durch. Ach, deswegen. Okay. Äh, ja. Okay, super. Dann würden wir jetzt noch... Das war nichts Sinnvolles, ne? Ja gut, Joker-Punkt. Maschinenbau würde, glaube ich, unsere ganzen... Ja genau, Bergwerke und so weiter upgraden. Auch ganz nett. Können wir alles verbessern dann. Irgendwas hatte ich eben im Kopf gehabt. Ich weiß es aber nicht mehr. Da können ja Finanzen einfach mal gehen. Ich glaube, wir gehen mal Finanzen. Wir sind ja ein finanzstarkes Volk. Das wollen wir natürlich auch weiter ausnutzen. Dann gehen wir hier zum Tö. Okay. Oder auch nicht. Gehen wir hier unten hin und bauen da die Stadt in die nächste Runde. Dann haben wir unseren nächsten... Ähm... Ja, sind noch Vasallen. Wir haben ja schon X. Ambus, Wach und Akkabuse würde wir produzieren. Finde ich nicht so cool. Können wir da Friedensvertrag natürlich machen. Oder wir können mal Innovationen... Ich sag mal mal Innovationen. Einige Stadt... Ah, okay. Die haben jetzt ihren Krieg beendet. Das ist schön. Das heißt, jetzt alle KI-Gegner sind wieder verbündet. Und lieben sich so. Das ist doch... Freut mich sehr für sie. Die kleinen, netten Leute. Geistliche Universität. Ja, wir brauchen mehr Wissen. Auf jeden Fall hast du auch noch ein bisschen Religion. Und das kannst du ja irgendwie sehr zu brauchen. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Ich denke... Ja, ne, er kann sich da nicht angreifen. Sehr gut. Okay, wir haben noch eine Chance. Unsere Einheiten auch zu heilen. Und wir können dann tatsächlich auch einfach hier angreifen. Was hat er da drin? Noch eine Kanone wieder, sehe ich. Und ganz viel Spießträger. Und ein Ritter. Nicht so besonders. Da haben wir noch eine 192. Aber die kriegen wohl Verteidigungsbonus, muss man dran denken. Weil die halt im Berg sind. Und da nicht, das nicht vergessen. Aha. Haben wir noch eine 216er Armee. Aber halt so eine Verteidigungsarmee ist das ja eher. Weiß ich nicht. Sollten wir eigentlich nicht unbedingt jetzt hier rausschicken. Also ich würde die noch ergänzen dann, die beiden Einheiten. Durch den Dragoner. Und Kanone und sowas. Das wäre ja noch ganz interessant. Ich glaube noch zwei Runden. Ja, was greifen wir jetzt an? Ich würde eigentlich gerne mit die Armee zurückziehen einmal, um sie zu heilen. Ja gut, ich kann hier angreifen. Ich weiß noch nicht, wie weit das gut ist, weil es nur diese berittenen Bogenschütze ist. Das ist nicht die stärkste Armee tatsächlich. Ach komm, egal. Gucken wir uns einfach mal an, was denn da passiert. Können sie ja heilen auf jeden Fall. Okay, der kriegt ordentlich Schaden. Denn der ist natürlich ziemlich nutzlos. Der steht auch in der letzten Reihe. Warum auch immer. Finde ich ein bisschen komisch. Aber ich glaube, weil das halt Stadtverteidiger sind. Okay, dann kriegen wir jetzt ordentlich auf die Mütze, denke ich mal. Aber es ist nicht so schlimm, dass ich jetzt auch nicht mehr die... Wow, der Dragun hat ja gar keinen Schaden gemacht, ey. Auch nicht mehr die stärkste Armee, um ehrlich zu sein. Guck mal. Ja, naja, nee. Das wird nix. Da werden wir auf jeden Fall die Einheit auch verlieren. Und es ist der andere Führer geworden. Seht ihr das richtig? Das ist natürlich ärgerlich. Wenn die aber einmal verstärken. Wird jetzt gern mit den... Ja genau, dann werden die natürlich die überrennen, ne. Aber ich kann jetzt auch nicht nach hier pushen. Das geht einfach nicht. Und die kaputt machen kann ich, glaube ich, auch nicht. Mit der Armee. Auch wenn die gut ist. Wir müssen eigentlich unsere andere Armee dann auch noch unterbringen. Auch wenn es total ätzend ist. Aber da führt kein Weg dran vorbei, glaube ich. Wollen wir einmal zur Kanone aufwerten. Und ja gut, wir könnten hier natürlich nochmal verstärken. Das geht schon. Wir haben keinen Anführer mehr hier drin, ne. Einmal einen Anführer rüber schicken. Oh, das ist ein Anführer. Nee, das ist ein Dragona. Das heißt, wir schicken einmal einen Anführer rüber. Dann ist die wieder auf 250. Kann jetzt wohl nicht mehr heilen, natürlich, ne. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich ziehe mich erstmal zurück. Ich finde es sinnlos, da jetzt nach vorne zu gehen. Eigentlich hätte ich auch da nicht angreifen sollen. Du mit der Akkabuse. Die Akkabuse können wir nachher auch nochmal rübernehmen. Das ist klar, das wäre ganz sinnvoll. Aber erstmal bleibst du hier einfach stehen. Ich verbaut Osaka gerade. Oder vielleicht auch nochmal mehr ein Großtheater. Können wir eigentlich auch nochmal ein bisschen Armee pumpen. Spießträger. Zwei gegen Kavallerie. Langschädtkämpfer. Ist natürlich auch nicht schon 15, 22. Natürlich erbärmlich gegenüber 26, 26. Kann ich den Schwerträger eigentlich nicht upgraden irgendwie zu Akkabuse? Ne, der bleibt jetzt so. Bisschen doof. Machen wir die Expedition hier weiter. Da können wir nur mit 10% erhöhen. Dann machen wir das auch einfach. Warum nicht? Die Ergebnisse letztens waren ganz okay. Da war jetzt nichts über Weltigenes. Aber ja. War ganz okay. Und Sapporo baut ja auch mittlerweile schneller durch die ganzen Dinger, die wir gebaut haben. Die ganzen Wälder hier. Die Waldfäller. Holzfällerjager. Mein Gott. Schweres Wort. Naja, nicht wirklich. Können wir hier nochmal eins hinsetzen. Zack. Warum nicht? Und du bist auch eine Holzfällerstädte. Das heißt, auch bei dir setzen wir ordentlich Holzfäller drumherum. Damit wir hier wirklich ein Maximum aus diesen Städten herausholen können. Damit wir hoffentlich gleich möglichst schnell Einheiten ballern können. Bestechung. Da können wir auch eine neutrale Armee. Schade. Sehr lustig, wenn man da auch andere Armeen wegnehmen könnte. Fände ich sehr cool. So. Der Künstler. Ja. Machen wir mal tatsächlich. Wir nehmen mal einen zum Künstler. Liegen da nämlich, weil wir den ersten gemacht haben in der Renaissance. Haben wir eben ja schon mal vorgelesen. Die Reichskultur. Das ist doch gar nicht schlecht. Und wir könnten hier Künstler die Hauptstadt entsenden. Produziert ein neues Kunstwerk in der nächsten Stadt. So. Das heißt, wir kriegen jetzt hier ein. Produziert ein Kunstwerk. Und das ist dann das hier. Und es gibt uns vier Luxus. Okay. Gut zu wissen. Schauen wir uns, wie sehr er auf die Mütze gibt. Und ruckel, ruckel. Okay. Er ignoriert einfach komplett die Armeen. Ja, ich weiß. Ach man, ist das doch. Komplett die Armeen. Und greift unsere Stadt an. Ja, kriegt er nochmal schön einen auf die Mütze. Finde ich gut. Dann können wir den einen. Oh nein, das war nicht absolut. Ich meine, ich drücke bitte hier hin. Danke. Damit ist die Armee schon mal ausgelöscht. Das finde ich sehr nett von der Armee. Oder von dem Spieler generell. Das fand ich echt eine gute Idee. Dass er uns komplett ignoriert und sich töten lässt. Kann man auf jeden Fall mit arbeiten. Warum nicht, ne? Die Frage... Ja, die Armee ist halt schon... Der ist halt echt nutzlos, ne? Ich muss den mal wechseln. Arke Wuse, so. Dann können wir wohl jetzt nicht mehr angreifen. Wir könnten die Stadt tatsächlich angreifen. Die ist sogar noch schwächer. Die Frage, ob er danach nicht so auf die Mütze kriegen hat, weil er dann kaputt geht, ne? Schwierig, schwierig. Aber wir haben ja jetzt noch mehr Nachschub, der da kommt. Wir haben auch die erste Kanone dabei. Das heißt, wir können jetzt auch Brasilien definitiv angehen, weil die mir echt auf die Nerven gehen. Ja, wir gehen Risiken ein, wie letztes Mal schon mal. Das haben wir ja... Das ist anscheinend immer dasselbe. Diese Expedition scheint auch immer dasselbe zu sein mit dem Erkunde. Aber gut, wenn nachher die Sachen stimmen, dann passt es ja. Es ist echt noch immer Unruhe hier. Wo kann ich denn Unruhe noch vorringern hier? Nirgendwo, ne? Ein Gefechtsturm? Nö. Kaserne? Nein. Dann werde ich hier leider erstmal einen Reservisten bauen müssen, damit wir da nicht die ganze Zeit Unruhe haben. Ach, ich bin nervig. Und ja, wir brauchen noch immer die Müllgrube und wir können weiterhin pumpen, pumpen, pumpen. Ich will dann wirklich da jetzt mal ein bisschen die Verbesserung maximieren. Also, wenn ich nochmal spiele, oder auch für euch sage ich nochmal, haut da auf jeden Fall die Verbesserung raus, wie es geht. Ich würde übrigens auch sagen, das ist der letzte Part. Ich werde nicht mehr weitermachen, denke ich mal. Könnt ihr euch dann selber nochmal anschauen. Ich werde das alleine privater weiterspielen. Der Mann hat einen guten Einbruch bekommen, ohne dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Ähm, ja, weil es sind halt ein paar, die da schauen. Das freut mich auch dann. Aber es, da genieße ich lieber privat, bevor ich jetzt hier die ganze Zeit mit zwei Leuten oder so rede, die das dann doch noch genießen können. Aber ich denke mal, dass wir alles von Tutorial, also alles, was wir brauchen, um das Spiel zu spielen, definitiv gesehen haben. Wir haben gesehen, die KI ist extrem schlecht. Also, das kann man einfach schon mal Punkt festhalten. Extremst schlecht. Und wir haben gesehen, dass es sehr coole Mechaniken von den Domänen hier gibt. Sehr wichtig ist, die Verbesserungspunkte zu pumpen. Und wir haben, also, wir haben schon einiges, glaube ich, auch wahrnehmen können, was uns da einen guten Eindruck gibt. Aber ich denke, dass da jetzt danach geht es halt hauptsächlich darum noch ein bisschen so, ne, wie geht es jetzt auf den Siegbedingungen hin und so weiter. Kann man sich aber eigentlich auch selber angucken, wenn man das Spiel dann gespielt hat. Äh, ja. Ja, ich bin da einfach nicht so mehr, dass ich lange Let's Plays mache. Von daher, vielleicht habe ich da noch einen Mousse, ich weiß es nicht. Äh, wehtun tut mir jetzt auch nicht unbedingt weh, aber ich glaube, das wird bestimmt locker zehn Parts dauern. Und ich glaube nicht, dass das so sinnvoll ist, das jetzt zu tun. Warum läuft der um mich herum? Ist der komplett dumm, oder was? Er ist ja wirklich komplett hohl, ne? Ist ihm klar, dass hier oben noch eine Armee steht mit 285? Ist ihm das komplett egal? Okay. Dann greifen wir nochmal an. Zack, und weg ist er. Nach unten gekickt, dann gehen wir einmal hier hin und die wird komplett zerstört. Sehr gut. Dann hauen wir die einmal weg, die wird auch gut kaputt gemacht. Die heilen wir dann einmal, zack. Ihr seht, das ist locker für uns hier zu leisten, die kaputt zu machen. Wir heilen uns ja jetzt auch ganz gut. Ihr bleibt einfach hier stehen, ihr seid unsere Verteidigungsarmee. Ja, und Kobe müssen wir dann auch wieder nachproduzieren. Wir müssen eigentlich überall wieder Einheiten nachproduzieren. Bioto baut ja jetzt Studio-Atelier, das ist richtig, für Wissen. Wissen gleich gut. Wissen gleich macht. Und, oh, 50 Wissen ist sehr gut. Okay, das ist cool. Rund 100 Erfahrungen. Misserfolg bei 60%. Warum hatte ich mal 60%? Okay, cool. Und damit ist er auch noch gestorben. Okay, ich verstehe die Mechanik. Ich finde sie eigentlich ganz cool, aber das ist schon irgendwie erbärmlich, wenn man dann hunderte Ressourcen reinsteckt und dann kriegt man nichts davon. Ja, gut. Auch das werden wir wohl überleben, würde ich sagen. So, wir haben die Kanonen nicht vorne, ne? Schade. Machen wir hier mal einmal einen Schlag gegen die Stadt. Das hat nicht so viel gebracht, wegen der blöden... Hattet ihr, die Wand wäre kaputt? Hier. Wachtturm, Stadtmiet, Tod, Tod, Tod. Ja, das geht natürlich nicht, auch wenn die Anzeige hier zeigt, dass es gehen würde. Das geht natürlich nicht. Warum ist die wieder geheilt? Haben sie die Fähigkeit wahrscheinlich benutzt, ne? Wir haben irgendwas verloren auch noch. Ernsthaft? Okay, wow. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass wir jetzt hier auch noch Einheiten verlieren. Ach, hier unten ist ja noch eine Armee. Können wir die angreifen? Die sich aber auch an mir vorbeischleichen wollen hier, ne? Richtig dreist einfach. Richtig dreist. Einfach nur dreist. Ja, machen wir weiter, ne? Wir hauen hier einfach wirklich Produktion nach Produktion raus. Können wir Minen, können wir Ressourcen so herzaubern, sag ich mal. Genauso wie beim Stadt. Beim Steinbuch, so, das wollte ich sagen. Ich werde jetzt hier die Gebiete vom Deutschen mitnehmen. Auch nicht schlecht. Ansonsten haben wir, glaube ich, jetzt das meiste, was wir brauchen, schon mal eingebaut. Also so an den groben Dingen, ne? Wir könnten jetzt halt vor allen Dingen die Ressourcen weiterverarbeiten. Oder halt noch mehr auf hier Holzfällerlage gehen. Da können wir ja wirklich bis zur Unkenntlichkeit die raushauen. Das geht natürlich durchaus. Ja, Nagoya wird komplett von Barbaren um. Lager ist aber nicht schlimm, weil die Barbaren tun uns eigentlich nichts. Studio-Atelier, jawohl. Bitte. Mehr damit. Immer mehr Wissen. Wissen ist Macht. Das wissen wir. Zeitleiter der Aufklärung geht eher schon weiter. Und zwar, ja, Zeitleiter der Aufklärung ist einfach nur Standard, ne? Ja, leider ist er dann schon so schnell schon wieder da. Hm, okay. Er ist innerhalb von 13 Runden schon da. Würde ich auch mal gerne wissen, wie man das noch effektiver machen kann. Ich glaube, er muss von Anfang an dann wirklich komplett auf Papier, Papiermühle und diese Schriftstilgelehrten gehen. Also auch das würde ich nämlich unbedingt jetzt mal gerne probieren. Ich möchte nochmal von Neuem anfangen. Und deswegen sage ich ja, auch deswegen ist es so, warum ich aufhören will. Weil ich nochmal von Neuem anfangen will und nochmal alles, was ich jetzt kennengelernt habe, jetzt mal anwenden will. Okay, wie kann ich die KI jetzt auf Meister? Ich bleibe dann erstmal auch auf Meister. Und mal gucken, wie kann ich da vielleicht doch schneller werden. Weil die ist ja natürlich extrem sheetend, brauche ich nicht drüber zu reden. Die bietet sich halt wirklich alles aus dem Leben, ne? Die ist halt so übertrieben sheetend. Ja, es ist schon nicht mehr heilig. Aber wir haben ja ganz gut mitgehalten dafür, ne? Das ist ja jetzt auch nicht so das Problem. Wir machen ja auch die Armeen hier nach und nach rund. Das klappt ja auch ganz gut. Allerdings haben die natürlich auch, wie ihr seht, da unten nochmal, wie viele Armeen die auch haben. Wir haben jetzt schon drei oder vier gequetscht. Und die haben nochmal eins, zwei, drei, vier Armeen. Das ist schon ein Kunstwerk, sag ich mal, ne? Die Stadt hier nehmen wir auf jeden Fall noch ein. Ich weiß nicht, ob ich erst mit denen... Ich glaube, ich will mich mit denen erstmal zurückziehen. Du machst einmal das bitte platt. Die leben natürlich noch immer, weil warum nicht? Bleh. Ich würde dich einmal heilen wollen. Kann man irgendwie tauschen? Ne, geht auch nicht, ne? Ach, ist das schlimm. Ist echt schmerzhaft, dass man hier nicht tauschen kann einfach, ne? Muss ich echt in den Wald gehen, oder wann? Gut, dann gehen wir erstmal in den Wald. Verstärken einmal. Und machen einmal, wenn er platt. Jo, das gehört mir, danke. Wieso Chaos? Ich will doch nur meine eigene Stadt wieder haben. Will die doch gar nicht angreifen. Ich bin doch ein netter Mensch. Und hier hauen wir auch nochmal drauf. Und, au, Mist, wir sind ja auch da durchgerillt. Hätte ich nicht gedacht, dass wir es schaffen. Heilen, auf jeden Fall schnell hochheilen. Jo, da haben wir schon wieder ein paar Armeen zerquetscht. Ihr seht, das klappt ganz gut. Und hier kommt die Rebellion immer weiter. Geht mir das auf die Nerven. Jetzt haben wir minus 10, von daher passt das. Bauen wir nochmal Reservist, oder hauen wir direkt weiter? Was brauchst du denn? Oh, nein, du brauchst Housing und Glauben. Ach, dieser blöde Glauben, ey. Was hat mir das eigentlich bisher gebracht? Dass ich die gebaut habe? Das würde ich gerne mal wissen. Irgendwie nichts, ne? Also bin ich relativ sicher, dass es nicht so viel gebracht hat, wie man sich eigentlich wünschen würde. Wo ist denn das Haus? Ja, Haus. Einmal hier auf die Wüste, bitte. Damit der auch wieder wachsen kann. Und wir können tatsächlich jetzt auch mal, wenn wir wollen, wieder Frieden schließen und so weiter. Wir haben ja Kultur en masse. Das ist ja wirklich cool. Ich würde aber auch einfach sagen, wir hauen noch mehr Inspiration bis zur Unkenntlichkeit. Oder noch mehr Forschung. Wobei das halt immer schwächer wird. Ihr seht schon, das ist jetzt schon bei 66 nur noch. Oder bauen nur eine Stadt. Da können wir allerdings nur noch hier vorgehen. Was aber okay wäre, zum Beispiel hier eine hinzubauen. Mittlerweile können wir ja auch hier hingehen. Ja, und das wäre halt für Shenzhen. Ich glaube, das bringt uns ja nicht so viel. Wir würden das aber hierfür zum Beispiel mal für die Stadt. Da wäre das ganz cool. Machen wir einfach mal. Können wir da einfach mal eine Stadt hinpumpen. Dass wir weiter wachsen, wachsen, wachsen können. Das kommt auch gar nicht schlecht. Naja, aber dann machen wir hier noch einen letzten Kampf. Schauen wir uns nochmal schnell hier die Viecher an. Ihr seht auch, die Kampf kann man auch verstehen, ne? Ihr müsst halt gucken, dass ihr die Barrikaden brecht. Und wenn die gebrochen sind, dann könnt ihr halt schnell angreifen auf die Stadt. Das ist ja kein Problem. Ich glaube, das versteht man auch sehr schnell. Wieder eine Einheit, leider verloren. Sehr nervig. Ihr seht auch, wie viel Armeen der einfach hat. Guck dich das an. Eins, zwei, drei, vier, fünf haben wir nur auf einem Bildschirm. Und da sind hundertprozentig noch mehr, ne? Also ihr müsst da wirklich auch konstant nachproduzieren, um da auch wirklich mitzuhalten. Das wird nicht anders möglich sein. Ja, du kannst einmal das hier vernichten. Mach das bitte Platz. Danke. Und du kannst das hier vernichten. Geh, tu es. Mein Gott, klicke ich mich hier wie ein Wahnsinn. Okay, dann könnt ihr da jetzt einfach einmal die umrennen. Wichtig ist auch, da kann ich nochmal einen Hinweis geben, bevor wir jetzt aufhören. Nehmt euch über zwei Armeen mit. Ihr habt es ja gerade gesehen. Dann, wenn die Moral gebrochen ist und die im gleichen Zug nochmal angegriffen werden. Dann müsst ihr euch ein bisschen geschickt positionieren. Auch das müsste man da üben. Wenn die im gleichen Zug angegriffen werden und die Moral gebrochen wurde, dann sterben die direkt. Und das ist schon sehr wichtig, dass ihr das einfach auch mal mitnehmt. Dass ihr da euch da versucht, irgendwie das geschickt und effizient zu machen. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Joa, bauen wir noch einen Dragon haben oder wie immer. Akkabuse können wir eigentlich auch nochmal machen. Das kann ich auf jeden Fall nur nochmal empfehlen, dass ihr das tut. Weil das am meisten Sinn ergibt. Dann könnt ihr nämlich die blöden, nervigen Kämpfe umgehen. Die danach dann nochmal folgen. Oder dass sie euch wieder plündern und so weiter. Das wäre halt auf jeden Fall wesentlich effizienter. Ich möchte noch einmal eine Müllgrube bauen. Ich möchte mal sehen, wie die aussieht. Das wäre noch für mich wichtig. Wie sieht die aus? Und ich würde auch empfehlen, macht eine kleinere Map. Ich finde die Map hier einfach. Aber das ist natürlich je nachdem, wie das möglich ist. Ich mag halt nicht so riesige Maps, wo man tausende, wirklich tausend über tausend Städte baut. Das ist einfach irgendwann total übertrieben, wenn man nur noch städtisch spammt. Von daher, wobei ich es hier ganz gut gemacht finde, muss man sagen. Das klappt eigentlich ganz gut. Das kann man jetzt auch nicht behaupten, dass es jetzt irgendwie großartig verbuggt wäre oder sonst irgendwas. So haben wir jetzt... Ja, wir haben alle zurück. Der ist abgehauen. Sehr gut. Nicht, dass wir wieder irgendwas vergessen haben und wieder irgendwo geplündert wirkt. Kann ja immer passieren bei denen. Ihr könnt euch wieder in die Stadt zurückziehen. Und die Kanone kann nach vorne. Brauchen wir als Verstärkung. Und ja, wir haben ja auch wieder Rebellion und Kurve. Und das kann ich euch auch noch empfehlen. Baut ständig. Und zwar wirklich ständig Reservisten oder halt die... Ihr wisst schon, was es ist. Dass ihr halt jeweils die Einheit baut, die euch die Unruhe unterdrücken lässt. Weil sonst habt ihr einfach irgendwann riesige Probleme. Ach, jetzt habe ich das ausgegeben. Ich will nur mal gucken, wie die Müllanlage aussieht. Das interessiert mich jetzt einfach mal. Schauen wir uns das mal an. Brasilien ist jetzt eh wieder gebrochen. Keine Chance gegen uns. Aber ihr seht, ihr müsst auch... Also zwei, drei Armeen solltet ihr schon immer haben. Er ist jetzt absolut dumm. Das merkt man ja auf jeden Fall. Aber sie ist halt trotzdem natürlich hartnäckig. Ihr habt ja wirklich unendlich Gegner, die auf euch zu rollen. Ohne Unterlass natürlich. Und da müsst ihr halt wirklich gucken, dass ihr auch konstant up-to-date seid. Und die Armeen nachbaut. Wir seht, wie stark Kyoto natürlich ist. Und sich hier durchsetzen kann. Aha, das ist ein Müllberg. Okay. Sieht doch lustig aus. Er hat nur 30% zugemacht. Willst du mich veräppeln? Ey, das ist ja komplett lächerlich. Bräuchte man ja dringend noch was anderes. Hier, ja, ja. Wir haben nicht mal drei Forschungen. Der ist schon bei einem Zeitlater der Aufklärung. Ey, das ärgert mich wirklich. Deswegen muss ich auch neu anfangen. Es ärgert mich massiv, ne? Unglaublich. Naja, gut. Ja, ich denke, ihr habt alles gelernt. Sonst könnt ihr nochmal schreiben. Wenn jetzt hier, keine Ahnung, 10 Upvotes würde mir schon reichen. 10 Upvotes, dann speichere ich das alles einfach hier. Können wir ja mal zusammen gucken. Hier, speichern. Die können leider keinen Namen angeben, weil... 2024. Warum, warum, warum tust du dir dasselbe anspielen? Ja, der Hans-Peter. Japan. Habe ich selber gemacht. Werde ich mir dann merken. 28.3. Wenn wir 10 Likes hier auf diesem Video bekommen, mache ich sofort weiter. Das ist kein Problem. Ansonsten würde ich jetzt erstmal privat eine Runde zocken. Mal sehen, wie ich die KI richtig in die Knie bringen kann. Auch mal vom Zeitalter her. Weil das geht mir einfach hier nicht gut genug. Das gefällt mir noch nicht. Ich hoffe, dass man mit so einer Papiermühlenstrategie da wirklich mal loslegen kann. Ansonsten hoffe ich, dass ihr einen guten Einwohnen bekommen. Die paar, die noch gucken, dass ihr noch gesehen habt, was hier möglich ist. Wie das Ganze funktioniert. Was man für starken Schwächen hat. Wie gesagt, KI ist erbärmlich. UI, wir haben ja schon darüber gesprochen. Das Diplomatie-System. Also eigentlich alles, was mit der KI zu tun hat, finde ich schlecht. Ich meine, so das Kämpfen an sich hier so mit den KI-Gegnern finde ich okay. Die haben halt ultra viel Armeen. Aber man kann da ja auch gut vorgehen. Ich finde auch, das Kampfsystem wurde ja auch viel gedisst, sage ich mal. Finde ich okay. Es ist halt nichts Revolutionäres. Das muss man natürlich sagen. Also wirklich nichts Revolutionäres. Aber wer hat da schon was Revolutionäres? Auch Civilization hat da nichts Revolutionäres. Da war Humankind in meinen Augen deutlich besser. Hatte dafür aber wesentlich andere, wesentliche Schwierigkeiten, die man auch erwähnen kann. Sonst ist das Ressourcensystem sehr cool. Das Ausbau ist cool. Das Unruhensystem finde ich nervig. Aber kann man halt auf jeden Fall kontrollieren. Generell das Feedback von dem zerstörten Provinzverbesserung und so müsste wesentlich besser werden. Also das hat alles auch wieder mit UI zu tun. Aber sonst macht es schon sehr viel Spaß. Diese ganzen Sumänen, das ist schon eine coole Sache, was man da für Fähigkeiten freischalten kann. Dass man auch gewisse Einheiten nur bekommt, wenn man gewisse Regierungen hat oder gewisse Nationalgeister. Das macht schon wirklich sehr cool. Ich fand auch Gottkönig der St. Dynastie auch sehr cool. Sicher auch da hätte man früher darauf gehen müssen. Wir hätten halt bei jedem Hügel voller Steinbrüche ballern und dann wirklich maximal Produktion gehen. Das müsst ihr auf jeden Fall auch mitnehmen. Frühzeitlich eine Strategie entwickeln und früh darauf aufbauen. Denn dann eskaliert ihr auch, sodass ihr die KI wahrscheinlich auch gut überwinden könnt. Entweder mit Forschung oder anderen Dingen. Wobei in unserer Städte, glaube ich gerade, Kyoto ja absolut stark ist. Auf jeden Fall. Hier haben wir auch noch gar nicht so richtig reingekommen. Wir haben ja gemerkt, manchmal produzieren die unsere Ware nicht. Auch darauf achten. Guck, dass die wirklich die Ware sind. Die Bücher werden wieder nicht produziert. Das heißt, mein Wissen wurde hier konstant nicht produziert. Obwohl ich das natürlich haben will. Das ist auch ganz wichtig. Werde ich mir auch direkt beim privaten Spiel jetzt angucken. Geht da rein, schaut, dass ihr die Wissensprodukte jetzt gerade, wenn ihr sagt, ich will auf Wissen spielen. Und der produziert hier einfach zwei Wissen nicht. Und ihr seht, wie viel wir nur ein paar Runde haben. Wir haben nur 24. Zwei Wissen ein paar Runde nicht zu bekommen mehr Runden lang ist fatal. Und ihr seht auch, wie viel wir durch die, das seht ihr unten nochmal, wissen, wie viel wir durch die Vasallen bekommen. Ist auch ganz nett. Gerade so eine Anse, Provence, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Hat 94, weil wir da ja konstant in so einen Händler reinsetzen. Das heißt, in jede von diesen Vasallen Händler reinsetzen, würde uns tatsächlich ganz gut Wissen bringen. Sagen wir mal, jeder wird 94 bringen, also 0,94. Dann hätten wir jetzt 3, 6, 8. Dann hätten wir 8 Forschungen dazu. Das wäre ein Drittel unserer Forschung dazu. Jawohl, wir hätten ja dann vorher weniger. Ihr versteht auch, was ich meine. Aber hier wäre jetzt deutlich mehr nochmal. Im Schnitt sagen wir mal 0,7 dazu. Also sagen wir 7 mal 0,7. Das wäre 49. Das wäre 4,9. Also hätten wir 4,9 dazu. Das wäre trotzdem schon mal 1,6 auf jeden Fall. Und das wäre schon ein ziemlich krasser Wert. Naja, gut. Dann könnt ihr mir einfach mal Erfahrung sagen. Wie gesagt, bei 10 Likes lade ich und spiele es einfach noch zu Ende. Guck mal, wie ich dann hier noch die KI noch ein bisschen zurückdringen kann. Und werde dann vielleicht wirklich ein Feldzug gegen Brasilien oder Deutschland führen. Wobei Brasilien so weit ausgedehnt ist. Das geht mir ja richtig auf die Nerven. Aber könnt ihr ja da mal schauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Tschüssi Kowski. Tschüssi Kowski.